Langweilig Langweilig, langweilig Das heißt, heute ist doch Dienstag. Da kommen doch immer die drei Bekloppten. Jo, da sind sie. So, jetzt gibt es was zu gucken. Immer das gleiche. Stehen vor der Scheibe rum und gucken, doof. Besser wie Fernsehen. Und es kostet nicht mal GZ-Gebühr. So kann der Tag weiter.